Schon gewusst? Der Videotalk mit Götz Schartner und Patrick Löffler. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schon gewusst. Heute wieder mit dem Thema Internetkennwörter. Das letzte Mal habe ich euch ja ein Beispiel von einem Internetkennwort gezeigt, das wirklich schwer zu knacken ist. Heute verrate ich euch, wie man ein solches sicheres Kennwort erstellt und vor allem auch merken kann. Zunächst nochmal zur Erinnerung. Aus was besteht ein gutes Kennwort? Also ein Kennwort, das schwer zu knacken ist. Wir fassen nochmal zusammen. Es besteht aus mindestens 10 Zeichen, aus Groß- und Kleinbuchstaben, aus Zahlen und aus Sonderzeichen. Hier zeige ich euch jetzt nochmal das Beispiel aus unserer letzten Folge für ein gutes Kennwort, das wirklich schwer zu knacken ist. Der eine oder andere fragt sich jetzt, wie soll ich mir denn so ein kompliziertes Kennwort merken? Aber das ist ganz einfach, denn in diesem Kennwort ist ganz einfach ein Satz versteckt. Ich, in Klammer 20, fahre jeden Sonntag 10 Kilometer Fahrrad. Punkt. Den Satz habe ich mir jetzt rausgesucht, weil ich ihn mir gut merken kann. Jeder von euch kann sich jetzt natürlich selber einen Satz überlegen und sich daraus ein Kennwort zusammenstellen. So, jetzt wisst ihr, wie man ein gutes Kennwort erstellen kann. Jetzt müssen wir aber so ein Kennwort anpassen, denn wenn man ein Kennwort für mehrere Webseiten benutzt, ist das sehr gefährlich. Denn ist das Kennwort einmal geknackt, hat man im Prinzip auch alle Kennwörter geknackt für alle Webseiten, die ihr benutzt. Damit das nicht passieren kann, müsst ihr unbedingt euer Kennwort anpassen. Beispielsweise, ich besuche die Seite Amazon. In dem Fall gehe ich hin, nehme den ersten und den letzten Buchstaben des Wortes Amazon und füge diese beiden Buchstaben an mein Kennwort ein. In dem Fall nehme ich das A als ersten Buchstaben und das N als letzten. Habe so ein komplett neues Kennwort, ohne mir ein neues merken zu müssen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Seite Ebay besuchen möchte, mache ich das genauso. Hier nehme ich wieder den ersten und den letzten Buchstaben des Wortes Ebay, füge das wieder an den Anfang und an das Ende meines Kennwortes ein und habe auch wieder ein neues Kennwort. Genau das gleiche Spiel wäre es jetzt mit der Seite Web.de. Auch hier nehme ich wieder den ersten und den letzten Buchstaben von Web.de und füge diese Buchstaben wieder an mein Kennwort am Anfang und am Ende ein. Und ihr habt wieder ein neues Kennwort. Das war es schon für heute für die Sendung. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich auf das nächste Mal.